so herzlich willkommen zu einer neuen woche potion craft weiter geht's jetzt habe ich das das letzte mal donnerstag gespielt heute haben wir montag es ist schon spät ich bin schon müde ich muss eine halbe stunde eigentlich schon im bett sein und so aber gut machen wir jetzt hier noch so wir haben noch ein unfassbar weg vor uns dementsprechend jetzt würde ich es nicht kompliziert machen ich würde jetzt tatsächlich einfach nur weiter kunden bedienen weil das muss ich jetzt echt krass wir machen ja halt hier habe ich erst mal vergessen meinen magischen baum hier zu pflücken und war jetzt aber echt nicht die die dicke ausbeute wir haben 7575 gold und ja ich habe ja nicht mehr gefeilscht weil ich ja hier diese beliebtheit brauche die ganze zeit ne sonst hätte ich halt ja keine ahnung wie viel geld mehr gemacht aber ja ich brauche halt dass das hier hochgeht damit ich halt stufe 15 komme mann okay ich bin in den letzten tagen bei meiner arbeit nicht vorangekommen ich habe das gefühl neben mir zu stehen wie soll ich nun weitermachen weil er klingt nach inspirationsdrang wir haben auch von anaconda discord haben wir auch gesehen wie er sein sein buch hier organisiert hat zum beispiel hat er jetzt hier auch bei gestank hat er ein ganz anderes symbol drinnen statt das ist es halt na jetzt könnte man als steinhaut macht mit mir soll ja ach guck mal wir können ja die okay bin so ein vogel warte mal albedo guck mal wenn wir das jetzt hier schon so machen können albedo war das zweite hier machen wir immer ein bisschen sauber so also jetzt ist halt nicht mehr klar welcher trank also da muss ich hier gucken welche eigenschaften hatte aber citrinitas war das hier und hierbei citrinitas hatte einer gefehlt na glaube ich wo ich ja jetzt nicht ganz sicher bin ok cool dass das haben wir ehrlich gesagt so wenig nur gemacht dass dass das jetzt halt so ein bisschen das ding ist so aber ich meine das sieht halt schicker aus ja so das ist halt schon schon optisch macht es schon ein bisschen was her wobei man jetzt auch fairerweise sagen muss dass ich auch die halt auch ein bisschen besser anordnen muss so so dann ist das hier nämlich unten das salz gewesen sonnensalz mond salz ok ja das ist sonnensalz 1 von nee das hier ist das richtige so das hier ist das mond salz so speziell weil so warte mal albedo also wir brauchen die halt auch so ein bisschen platz um zu navigieren so machen wir mal ein bisschen ordnung so 1 2 3 aber jetzt weiß ich nicht mehr wo ich das vergessen habe habe ich das schon ausge habe ich den trank schon sozusagen habe ich den trank jetzt schon den fehlenden gemacht weil es gab irgendwas da hatte mir einer gefehlt so sonnensalz spezial 1 sonnensalz spezial 2 spezial 4 5 ja hier hier fehlt einer ok warte mal dann mache ich hier mal eine größere lücke damit ich ich mache da eine größere glücke 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 größere lücke wird zu glücke dann sehe ich sozusagen dass da was fehlt dann fällt mir das sozusagen beim nächsten mal einfach auf aber das sieht halt dann schon schön ordentlich aus hier muss man sagen hier beim mond salz ist halt super fisch so mond salz dann die flasche hallo mond salz mond salz ja ok nehmen wir dich hier so die die flasche und mond salz das da ich bitte um entschuldigung ich war bei meinem nachbarn er hat mich wieder so voll gequält aber so lieber mann aber der wird jetzt auch unfassbar alter gott er hat mich gebeten dass ich dass ich jetzt immer anrufe in der woche und hat mir sein schlüssel gegeben wenn er irgendwann drauf geht und so dass das ja nicht ewig in seiner bude liegen bleibt und so das heißt irgendwann kommt jetzt echt der der moment wo er wo er nicht ans telefon geht und dann gehe ich in seine wohnung und dann liegt da so ein alter toter mann er hat er mich auch um viel gefragt tatsächlich na aber scheiße man 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 schon unangenehm so auf jeden fall das hier sieht schon viel viel besser aus jetzt ja also jetzt gefällt mir hier einiges viel besser also ich meine schon alleine wie das hier aussieht nur so zapp 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 das sieht schon schick aus ich meine hier hätten wir jetzt resistenzen so empfangen wir mal an mit hier eis oder was dann haben wir dann dem feuer so dann ihr schutz vor magie schutz vor vergiftung schutz vor säure schutz vor blitz so das sieht jetzt auch schon mal so ein bisschen wobei ich das gerne irgendwie ein bisschen cooler abgestuft hätte mit dem blitzen aber okay so unsichtbar wachsen schrumpfen was können wir da hier noch machen schnell langsam steinhaut meinetwegen so verjüngerung können wir hier machen ist ja irgendwie ein schöneres zeichen für verjüngerung also ich meine ich weiß jetzt nicht wie man ein bild für jugend machen sollte ehrlich gesagt ja ich überhaupt kein schimmer wow ich habe überhaupt kein ach das war der stinkgetrank bei 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 anaconda so ok ich hätte halt hier auch gerne so effekte halt dass hier stärke steinhaut groß klein haben wir schnelligkeit fliegen können aber schnelligkeit wo ich jetzt jetzt mit verlangsamt zusammenpacken irgendwie so heilen auf jeden fall nach ganz dahin da können wir jetzt hier liebe und und libido auch zusammen machen so zack 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 na hast du ich kann es nicht weiter hoch machen ok so geschicklichkeit passt auch in dieses ganze konzept hin so Eis Eis Feuer da war glaube ich noch einer säure stinken magische Sicht Gift Schlaftrank so was schaden macht das jetzt hier erstmal wo ist der Explosionstrank der müsste sozusagen theoretisch noch hier hin Säure wäre dann auch bei diesen Dingern die hier Schaden machen sage ich mal ne so Wiederbelebung von Toten das war Glück ne ne Inspiration ok mein das hier ist auch ein Effekt mit wild werden ja und Angst auch theoretisch also jetzt habe ich hier so Dinge die sozusagen Effekte auf Menschen haben das hier macht das Schaden ok Glück Glück na Glück na habe ich jetzt hier ein bisschen ein bisschen platzsparende arbeiten hier so Geschicklichkeit Sicht aber wenn Heilung hier ist dann hätte ich auch gerne den Mana Trank hier unten so schade dass es jetzt hier schon vorbei ist ja ok also ich meine dadurch ist halt hier so ein bisschen der Platz ja ok passt erstmal so 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 Licht können wir halt wegen Hirn packen schlafen wir uns auch so eine Sache so stinken Parfum Glück Wildwooks das Gegenteil hier von Kleber und und Öl tot so ok sieht doch schon mal nach was aus jetzt ja das sieht doch schon irgendwie besser aus jetzt alles jetzt habe ich halt noch so viele Lesezeichen die noch nicht beschrieben sind und auch echt ein paar so ja aber das sieht jetzt hier schon besser aus alles so zack 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 da können wir ja auch noch rümpften da vorzimmern jawoll so ok haben wir das Buch mehr oder weniger aufgeräumt also das hier sieht auf jeden Fall schick aus ich meine wie ich das jetzt hier sortiert habe gefällt mir noch nicht also dass hier so Resistenzen zusammen sind ist halt total sinnvoll ja so das hier und dann ja gut ok kümmern wir uns jetzt mal um die Kunden da wir das jetzt sozusagen gemacht haben so sie wollte den Inspirationstrank im Endeffekt hier brauche ich eine Menge Salz hier brauche ich eine Menge Salz ok habe ich jetzt wieder von den von den Wolkenkristallen welche oder 17 Stück ok sehr nice also ich meine kann ich jetzt auch falsch verstehen aber wenn sie sagt sie kommt bei der Arbeit nicht weiter der Trank ist perfekt ok let's go ich brauche einen Trank der mich gegen Gift schützt für meine Experimente äh ich brauche einen Trank mit Bonus Effekten ok also im Öl ist es mit diesen Resistenzen viel viel besser ja wir haben äh Stinke hier ist Frost hier gibt es so viel abzuholen ja Magieschutz Feuerschutz hier ist Gift und Säureschutz er wollte Säureschutz haben ne gegen Gift ok er hat jetzt aber nicht gesagt dass das ein starker Trank sein muss ne also was ich jetzt hier machen würde und Magiebeere will er haben also wir müssen erstmal äh also ich würde tatsächlich hier diese Resistenzen abgreifen ja wobei ich glaube ich bin jetzt nicht sicher ob es besser ist so zu gehen und zurück ne hier gibt es auch keinen richtigen Weg ok naja ok gehen wir erstmal erstmal rechts runter so ich würde jetzt natürlich auch gerne alles mitnehmen was ich hier kriege an 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 diesen äh Erfahrungspunkten ne da liegt jetzt so viel rum das stört mich schon ein wenig so 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 dann haben wir schon den Giftschutz jetzt so also mit Bonus Effekten ich würde halt wirklich gerne ähm halt diese ganzen Resistenzen einfach abklappern so mit Magiebeere kommen wir halt nur zu irgendwo hin wenn wir hier sind ne um sozusagen hier hin zu kommen zum Magieschutz oder so warte mal wo ist denn Frostschutz nochmal oder Feuerschutz hier ok ja ich würde das Ding da aber haben warte mal das könnte funktionieren ich bin jetzt nicht sicher ob das funktioniert ich hoffe ok soviel zu dem Thema mal man kann ja nicht alles haben ups noch so ein seltsame Ding so so ein Ticken nach rechts so ich könnte jetzt natürlich hier hingehen und dann mit der Magiebeere sozusagen was er ja will halt äh ganz ganz weit gehen ja ok das ist fast was wir wollen ne also das heißt dann glaube ich immer dass er dass er will dass die Hälfte das ist ne oder so so ist jetzt hier ein bisschen spezieller Trank aber mal wenn er jetzt Bonus Effekte haben will und dann sagen die ja mal ich hätte gern dass er mehr Bonus Effekte hat und so 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 zack ne das sieht gar nicht schlecht aus weil ich das Ende jetzt nicht hätte machen müssen so also dann schmeiße ich nämlich gleich einfach da ohne Ende die Bären rein ne so so mal sind schon 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Dinger was hat er gesagt bringt dann achso benutze mindestens einen ok so so du gehst da lang so jetzt gibt es hier im Öl tatsächlich doch äh wirbel ich habe den nämlich gerade nicht gesehen ok wir werden jetzt hier auch gleich mal den Wirbel testen so bei denen habe ich hier im Öl habe ich die gar nicht erforscht ich dachte gerade die gibt es gar nicht ehrlich gesagt mal wenn ich jetzt hier lande oder genau hier habe ich halt Pech gehabt also dann ist es blöd ok ist doch ziemlich na jetzt muss ich dummerweise Salz benutzen was äh was hier das macht so so jetzt habe ich ein bisschen Angst wenn ich wenn ich so mache ich werde hier so ein so ein so ein Kristall benutzen ist mir jetzt ein bisschen peinlich aber ich weiß jetzt nicht weil ich wenn ich mich jetzt davon weg bewege 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 ich mich ja immer noch da drauf ja und so habe ich halt das gleich erledigt so Feuerschutz wollen wir jetzt wobei ich halt ehrlich gesagt den auch gern testen würde den 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 wirbel jetzt ja so ein Magiebeere wolltest du doch so Magiebeere ist ein sehr sehr gutes Kraut aber dafür jetzt nicht unbedingt perfekt so warte mal es gab doch auch so ein so bei dem Stein der Weisen gab es doch hier auch so ein so ein so ein so ein alles Resistenztrank ne Feuer ne ich habe jetzt Gift Säure Magie okay also das hier haut schon mal nicht mehr hin ok so und dann wollte ich jetzt da hin so 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 da können wir ja auch so ein Donnernistel benutzen hier la 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 oder Nistel nicht Nistel so da haben wir den Wirbel auf jeden Fall entdeckt was der macht so tralalalala la 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 so damit hat sich das schon ausmagisiert mit der Beere so also das ist jetzt so eine Sache ob ich das jetzt übertrieben habe mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem Kristall aber ich meine warum jetzt ein Risiko eingehen weil weil ich glaube wenn ich mich halt ich bewege mich ja immer noch auf dem Ding dann und dann warum so so und jetzt kann ich hier mal so ein Wirbelding benutzen von ich auch halt einige habe hier den da genau das sieht halt genauso als das würde der und wenn wir Glück haben dann kriegen wir den da noch ja so so aber wie du sagst jetzt du hättest gerne was mit stärkeren Effekt ey dann dann weil sonst sagen die immer ich hätte gerne mehr Effekte obwohl ich den mit mit drei äh mit mit drei Dingern gemacht habe ne also mit mit voller Stärke okay ja dieser Trank ist perfekt okay ich habe ich verstehe wie der Kunde das jetzt will okay sehr gut ich brauche einen Mana Trank jawohl kriegst du jetzt habe ich das ja wieder alles so ein bisschen umsortiert so zack bitteschön brauche einen Trank der mich im Kampf vor Säure schützen kann die Qualität ist mir wichtig so diesmal will er einen starken Säure Schutz äh habe ich hier ne so das ist das da jawohl zack und let's go hier bitteschön jawohl natürlich ist der perfekt oh meine Lieblingselfe wie heißt du eigentlich äh du hast mir ein paar Zutaten mitgebracht so Yagi ist auf dem Bett das heißt er kann jetzt nicht auch guck mal wie günstig das hier ist ja das muss ich ja hier nehmen äh Lebensblätter so Kaltblatt aber die sind ein bisschen teuer ich habe auch nur noch 55 so und ihr brauche also von den beiden brauche ich eigentlich nicht wirklich aber okay meine Kohle ist hier so fett dass dass ich mir das echt leisten kann ja okay wir feitschen nur normal mit Kräutern ja weil ich muss immer aufpassen dass mein Kater kommt und ich das feitschen dann verkacke so jawohl okay ja die Gutbeere wie wie viel habe ich denn davon noch also ich habe jetzt nicht gezählt wie viel ich die benutzt habe ist der hier ne naja okay danke passt dankeschön so willst du einen Mana Trank ich will mit dem meine Kleidung so verzaubern kann dass sie mich im Winter warm hält also sie will einen Frostschutz Trank auf ihre Kleidung machen dann wollen wir mal ja bitte damit wirst du warm in meinem Bücherregal hausten riesige Spinnen ich muss sie vergiften sonst kann ich meine Forschung nicht fortsetzen eieieiei solltest du mal eher an den Spinnen forschen die haben doch selber Gifte also ich weiß nicht ob ob naja 91 Goldmann na okay man muss doch die kleinen Bedürfnisse befriedigen ne ich gehe auf eine Jagd und brauche dafür einen Trank der verhindert dass ein verwundetes Wildschwein vor mir entkommen kann heißt das jetzt warte mal ich mache mal kurz einen langsamen Trank nur um zu gucken ob er das meint ja okay ist perfekt okay auch ein Trank der meine Ausdauer erhöht das ist natürlich Stärke also das fand ich immer komisch dass Stärke sozusagen also es ergibt halt Sinn aber der heißt ja Stärke und nicht Konstitution oder so ja ich habe beschlossen neben meinem Schloss eine Eiche zu pflanzen es wird Jahrzehnte dauern bis sie wächst und ich möchte die Einblicke selbst noch bewundern jawohl wir haben einen Wachstumstrank der ist hier jawohl und du wirst deine Eiche sehen okay danke dann sage ich mal gute Nacht schwupsi wups und kümmern wir uns um die nächste Mann 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 das wird hier in Dauerne glaube ich ne so hier sieht schon ein bisschen besser aus Windblüse und Terraria und so weiter zack 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 schwuppli wupp weil so viel bringt uns der Baum halt nicht ne mein Mann achso du bist eine Frau geht in den Wald und will zu jagen er könnte einen Trank brauchen der ihm dabei hilft okay was was da immer halt war war hier Gewandtheit ne nicht Stärke oder so ich brauche einen Trank der mich vor einem Drachen mit Frostatem schützt jawohl auf Frostschutz hier bitte sehr ja hast du zufällig einen Trank der den Geruch von Mist überdeckt ich brauche einen ungewöhnlichen Trank mit zusätzlichen Effekten also das würde den überdecken und zusätzliche Effekte also was passt denn zu zu Parfum ist jetzt die Frage ja was zum Geier soll denn jetzt dazu passen also er kippt es ja auf Mist drauf soll 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 der Mist noch unsichtbar achso der geht dahin soll der Mist jetzt noch unsichtbar werden oder oder was soll der Mist wachsen bin jetzt leicht überfordert mit mit dem mit dem Wunsch ja zumal wir sind jetzt hier auf stufe 3 gegangen mit wir sind jetzt ja wir haben jetzt ja einen sehr starken äh äh trank ja okay ich teste den jetzt nicht aus und unsichtbar müsste hier sein ne okay also weißt du was wir machen wir machen den Mist auch noch unsichtbar und wir machen den Mist auch hart wie Stein dann kannst du den besser äh dann kannst du den richtig abkratzen statt dass der dich so anschmiert ne denken wir doch hier richtig mit oder guck mal wie wir mitdenken hier also einmal wird der Mist steinhart und dann machen wir ihn auch noch unsichtbar obwohl es mit dem unsichtbar jetzt halt so eine Sache ist ja weil ich meine wenn er den Mist nicht mehr sehen kann dann ist dann rennt er ja rein aber äh gut er wollte einen ungewöhnlichen Trank hat er gesagt ja gibt es alles eine Frage des Geldes nicht wahr so unsichtbarkeit wobei jetzt den wirbel hier den den haben wir noch nicht getestet also ruf der bringt mich jetzt bestimmt da ein oder so aber okay also dass der Mist explodiert ist ja wir können dass der Mist abbrennt oder ich weiß jetzt nicht ob das dann zu krass ist ob der jetzt sagt der der geht nicht aber ich meine wir wollen den Geruch nicht nur überdenken wir wollen ja auch sein Mistproblem lösen also ich weiß jetzt nicht ob das mit dem Stein dazu passt aber aber naja also ungewöhnlich ist das was er wollte jetzt sagt er mir auch garantiert dass er mehr Effekte gerne hätte aber okay also mit dem Mist brauchst du dich nicht mehr sorgen ja siehste siehste er hätte gerne noch mehr zusätzliche Effekte guck mal nur 4 gab es dafür äh ich werde gegen Zauberer kämpfen der ergeblich Blitze beschwören kann und dafür braucht er Schutz so ich hoffe für dich dass er auch mit Blitz kämpft weil sonst hast du ein Problem bitteschön hey alter man wie geht's dir du hast ein paar fantastische Pilze okay also wir nehmen mal erstmal sowieso das was du hier günstig hast so das nehmen wir mal sowieso alles mit so ist da irgendwas was wir noch nicht kennen das hier Schwefelporni haben wir wie viel haben also den benutze ich eigentlich immer nicht um nach links zu gehen sondern eher dieses Feuerkraut oder wie das heißt ja den hier ne Flammkraut den hier benutze ich so gut wie gar nicht den haben wir auch mehr als genug Krakenpilz benutze ich gar nicht den Schlammpilz benutze ich relativ viel er ist auch ordentlich teuer tausend naja komm da bin ich jetzt zu geizig 8000 Schattenpfefferling wie viel habe ich denn von dir hier müsste man irgendwie mit Rechtsklick irgendwie Sinn kriegen dass man das irgendwie so eine Nummer eintippen kann oder so so achso jetzt habe ich nicht gefeilscht ah fuck okay dafür dass ich das letzte Mal verkackt habe jetzt ist eh zu spät ich brauche einen übel riechenden Trank ich glaube ich habe einen Stinketrank hier noch im Inventar gehabt jawoll ich glaube ich wurde verflucht einfach alles scheint schief zu laufen ich kann nichts richtig machen ich fühle mich schrecklich ich weiß nicht ob ich obwohl ich weiß dass ich nicht krank bin hast du einen Trank der Flüche aufhebt klingt nach Magieschutz weil Magie Auflösungstrank gibt es ja nicht aber Schutz hat er ja auch ordentlich bezahlt ich wurde vor kurzem bei einem Handgemenge mit paar Panditen ordentlich aufgemischt hast du irgendwas um mich wieder zusammen zu flicken also er braucht unbedingt starkes nur eine Art Zutat okay ähm zwei Lebensblätter ist genau das was er will also unser Urrezept ist genau perfekt ach sehr schön ich will so beweglich und flink sein wie ein Luchs aber das ist schon wieder Gewandtheit statt Geschwindigkeit oder? weil ich glaube dass sie den Gewandtheit Trank meinte genau weil Gewandtheit ist so beweglich aber eigentlich klingt es eher nach Schnelligkeit so naja ja 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 okay äh gut wir haben jetzt schon eine halbe Stunde rum wir haben jetzt nur Kunden bedient wir haben tatsächlich ich weiß nicht ob wir 100 Reputationen bekommen haben oder so vor allem gab es hier auf jeden Fall 250 äh da muss ich mir was überlegen ähm auf jeden Fall bei den nächsten Parts machen wir uns jetzt wirklich hier ran ich habe jetzt nur die Kunden bedient weil es halt so viele Kunden zu bedienen gibt bis wir diese Stufe erreicht haben das ist schon richtig richtig heftig mhm aber ich denke ich komme nicht darum das das fortzuspulen dass ich dann irgendwie sage hey jetzt habe ich 100 Kunden gemacht und bla und also ich glaube da komme ich nicht drum rum weil sonst reden wir hier von ich guck mal wir haben jetzt sagen wir mal wir haben 150 Reputationen jetzt in der halben Stunde gemacht ne und das brauchen wir jetzt einfach noch keine Ahnung wie oft also mehr als 10 mal oder 20 mal ich weiß nicht was ja und das sind dann 20 Parts 30 Parts nur wie ich die Kunden bediene das ist dann irgendwie äh ja muss ich anders machen also jetzt geht es hier so entspannt aber ich glaube das ist eher sowas was ich dann Offstream spiele und äh mich dann halt den Keks freue okay äh das war es dann halt für heute danke dass ihr da zugeschaut habt ich wünsche euch einen wunderschönen Abend noch und wenn ihr wollt sehen uns dann halt morgen wieder und wenn du willst sehe ich dich morgen ja äh ich freue mich halt immer dass ihr zuschaut äh vielen lieben Dank dafür und alles alles Liebe grüschlüs